Die Champions League in ihrer neuen Fassung steht vor der Tür und wir wollen uns heute mal anschauen, wer kommt direkt weiter, wer muss noch in die K.O.-Runde und wer scheidet direkt aus und wie sieht es eigentlich mit den deutschen Mannschaften aus? Schreib deine Meinung zu allen Themen gerne mal unten in die Kommentare und schreib auch deinen Tipps gerne rein, um dann auch mal zu schauen, wo sind wir vielleicht gleich und wo haben wir vielleicht andere Teams. Wir beginnen mit den deutschen Mannschaften und beginnen hier mit dem VfB Stuttgart. Ich habe ja bereits in der Prognose gesagt, da sind vier Spiele dabei, wo ich sagen muss, da kannst du wirklich alle Spiele gewinnen, aber auch vier, die durchaus wehtun. Wir haben hier PSG, wir haben Real Madrid, wir haben Atalanta-Bergamo und Juventus-Turin. Das sind alle Spiele, wo ich sagen würde, wow, das wird schon sehr krass. Insbesondere bei Atalanta sehe ich aber theoretisch schon Möglichkeiten. Dann kommen die Young Boys-Bern zu Hause, Roter Stern-Belgrad auswärts. Man hat Sparta-Prag dann ebenfalls nochmal heim und man hat Bratislava auswärts. Das sind alle Spiele, wo ich sagen würde, hey, die kannst du eigentlich gewinnen mit dem Kader. Jetzt muss man sagen, das Ganze ist natürlich neu. Ihr wisst ja, die ersten acht kommen direkt weiter. Danach eben darunter bis zu Platz 24 von 36. Die kommen dann nochmal in eine extra K.O.-Runde. Wir wissen halt noch nicht, wie viele Punkte wirst du am Ende brauchen, um unter diesem 24 zu landen. Für mich persönlich wird das ein ganz knappes Ding. Ich glaube, Stuttgart hat durchaus Chancen, jetzt nicht in die Top 8 zu kommen. Ehrlicherweise, dafür ist der VfB Stuttgart nicht groß genug und da gibt es andere Mannschaften. Aber ich sehe hier durchaus Mannschaften, die schlechter als der VfB Stuttgart sind und dementsprechend auch direkt nochmal darunter landen können. Ich sehe zum Beispiel Bres da drunter. Ich sehe zum Beispiel Sturmgarts da drunter. Ich sehe Sparta-Prag da drunter. Bratislava, das wird ein richtig Kampf auf der Rasierklinge. Wenn man dann zum Beispiel vielleicht nochmal einen Überraschungspunkt gegen Paris holen kann. Warum nicht heim? Ich finde Paris dieses Jahr nicht so geil. Warum nicht? Vielleicht auswärts im Bernabeu. Real Madrid ist nicht immer hundertprozentig überzeugend. Insbesondere in einer Gruppenphase. Ich glaube, das wird ein knappes Ding zwischen so 24, 23, 22, 25, 26 in der Tabelle. Ich setze mich jetzt einfach darauf fest und sage, der VfB Stuttgart kommt um Sackharesbreite irgendwie in die K.O.-Phase. Und das wäre ein Riesenerfolg. Das kann aber auch genauso gut ganz knapp da drunter landen. Als nächstes haben wir Bayer Leverkusen. Und da muss man ebenfalls sagen, die Top 4 Gegner sind halt brutal. Wir haben Inter Mailand heim. Dann hat man Liverpool auswärts. Man hat den AC Mailand heim und man hat Atletico Madrid auswärts. Danach hat man ebenfalls noch Salzburg heim. Man hat Feynord, Rotterdam auswärts. Sparta, Prag heim und Brest auswärts. Und ich muss sagen, hier wird es Bayer Leverkusen richtig hart treffen. Ganz im Ernst. Das ist brutal, was die da haben. Wobei man sagen muss, Inter Mailand und AC Milan heim, das sind Gegner. Insbesondere bei Inter Mailand wird es vielleicht schwieriger, aber beim AC Milan, behaupte ich mal, kannst du durchaus schlagen. Und man kann auch in Madrid bei Atleti durchaus gut aussehen. Ehrlicherweise bei Liverpool sehe ich da weniger Chancen. Die anderen vier Spiele musst du zumindest namenstechnisch gewinnen. Aber Feyenoord, Rotterdam auswärts. Deutsch-Niederländisches Duell auf der einen Seite. Und dann in diesem geilen Stadion. Würde ich persönlich nicht unterschätzen. Ich glaube am Ende, man wird unter die Top 24 kommen. Ich glaube aber nicht, erstens, dass es unter die Top 8 reicht. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das wird sehr knapp. Man wird sehr viel weiter unten liegen, als man das vielleicht vermuten würde. Weil die Gegner selbst aus Top 3 und noch Top 4, wobei die musst du schlagen, durchaus schwer sind und durchaus unangenehm werden. Aber Leverkusen wird den Sprung in den 24er Kader, nenne ich es mal, in diese 24 schaffen. Als nächstes kommt RB Leipzig. Und hier sieht es wieder ebenfalls aus. Liverpool heim, Inter Mailand auswärts, Juventus heim, Atleti auswärts. Und danach eben noch Sporting heim, zum Glück. Celtic auswärts, Aston Villa heim, Sturm Graz auswärts. Und auch hier würde ich persönlich jetzt auf Anhieb sagen, da musst du unter die Top 24 kommen. Weil RB Leipzig hat nun mal, ja, ob einem das gefällt oder nicht, schon auch eine brutale individuelle Qualität. Liverpool heim, sehe ich ehrlicherweise nicht, muss ich sagen. Da sehe ich Liverpool als Favoriten. Inter Mailand auswärts. Zumindestens mal ein Punkt für mich durchaus drin. Juventus heim sollte man, auch wenn das brutal schwer wird, irgendwie schlagen können. Kommt aber auf den Tag an, weil Juventus hat auch brutal aufgerüstet und wird für mich auch in Italien eine gewichtige Rolle mitspielen. Wieder Atleti auswärts wird schwierig. Aber auch da gehst du zumindestens mal nicht als großer Underdog in die Partie. Sporting heim, hat man ehrlicherweise für mich Glück, dass es heim ist. Ich glaube, in Lissabon wird das schwieriger geworden. Celtic auswärts wird stimmungsvoll geil. Aber die musst du eigentlich zumindestens schlagen. Könnte natürlich auch einen Unentschieden geben. Willerheim ist für mich noch eine wundertüte Tüte. Sturm Graz auswärts musst du gewinnen. Für mich, Leipzig wird unter die ersten 24 kommen. Auch hier wird es nicht auf die Top 8 reichen. Aber unter die 24 sollte das passen. Machen wir weiter mit dem BVB. Und da muss man sagen, das hätte schon schlimmer kommen können für den BVB. Man hat Barcelona heim, man hat Real Madrid aussetzt, dann hast du Schachtjo Donetsk heim und hast Klub Brügge auswärts in den Töpfen 1 und 2. Und danach Celtic Glasgow, danach Dynamo Zagreb, Sturm Graz und Bologna. Und ganz ehrlich, der BVB hat damit eigentlich ein richtig gutes Los gezogen. Klar, Barcelona wird schwer. Klar, Real Madrid ist brutal. Aber sowohl Schachtjo als auch Klub Brügge und alle anderen, die danach kommen, musst du als BVB in der Theorie schlagen. Und zwar allesamt. Die sind allesamt in der Nahrungskette unter dem BVB angesiedelt. Für mich persönlich. Einzig und allein bei Barcelona und bei Real Madrid sieht man klar die Favoritenrolle auf der anderen Seite. Wobei, selbst bei Barcelona, mein Gott, natürlich kannst du die schlagen. Auch wenn die unter Hansi Flick wieder einen anderen Fußball spielen. Die kannst du aber im heimischen Westfalenstadion schlagen. Absolut. Das geht. Definitiv. Für mich persönlich ist es jetzt nicht, weil der BVB einer der besten Mannschaften Europas momentan ist. Wobei, man ist letztes Jahr im Finale gewesen. Also, ne? Wem will man da noch was anderes erzählen? Aber, ich glaube, der BVB kommt unter die Top 8. Ich glaube, die qualifizieren sich direkt. Und das liegt nicht daran, wie gesagt, dass ich schätzen würde, dass die jetzt vielleicht besser als andere Mannschaften sind. Aber, die Auslosung hat denen so in die Karten gespielt. Das sind so theoretisch zumindest machbare Gegner. Und ich glaube, der BVB wird das in dieser Saison umsetzen können und damit sich direkt qualifizieren. Kommen wir zuletzt noch zum FC Bayern München. Und auch hier wird es natürlich mal wieder nur darum gehen, die Bayern wollen direkt durchkommen. Man spielt heim gegen PSG. Man spielt auswärts bei Barcelona. Dann heim gegen Benfica Lissabon. Auswärts bei Schachtjordoneck auf Schalke ja dann am Ende. Dynamo Zagreb heim auswärts bei Feyenoord Rotterdam. Das wird sehr geil, glaube ich. Dann heim Bratislava und auswärts Aston Villa. Und ich muss sagen, ich sehe hier ehrlicherweise keine Mannschaft, die dem FC Bayern München so richtig alle streitig machen wird. Ganz im Ernst, die musst du als Bayern München alle schlagen. Gegen PSG sieht man in der Regel eigentlich immer sehr, sehr gut aus. Und PSG gefällt mir in diesem Jahr auch ehrlicherweise nicht so sehr. Ich weiß auch nicht. Barcelona, das wird sehr spannend. Im, naja, Camp Nouja leider nicht. Aber auf jeden Fall in Barcelona habe ich richtig Bock drauf. Gegen Hansi Flick wird sehr spannend. Und auch die anderen Gegner musst du alle schlagen. Natürlich kann da durchaus mal ein Unentschieden dabei sein, dass du plötzlich bei Feyenoord Rotterdam im Stadion dann doch schon ein bisschen unter Druck gerät. Aber ich persönlich glaube, der FC Bayern München muss sich hier durchsetzen und wird sich hier durchsetzen. In dieser Gruppenphase dann mit allen Mannschaften wird man unter den Top 8 landen. Und ich glaube, auch Bayern München wird direkt sich für die nächste Runde qualifizieren und muss nicht noch eben in diese Zwischenrunde, nenne ich sie mal. Und damit habe ich ja bereits zwei der acht Mannschaften genannt, die direkt weiterkommen, meiner Meinung nach. Und wir haben auch noch ein paar andere Mannschaften und die wollen wir jetzt mal ganz kurz durchgehen. Wie gesagt, Bayern München, BVB direkt, dann Real Madrid, brauche ich glaube ich nicht viel drüber reden. Da kann jeder kommen, am Ende wird Real Madrid das direkt schaffen. Manchester City ebenfalls für mich ein klarer Favorit, auch allgemein auf den ganz großen Run, glaube ich, brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Des Weiteren, Inter Mailand. Ich habe immer noch eine sehr große Meinung von Inter Mailand und glaube, dass die wieder ein Riesenwort mitreden werden, wenn die sich denn mal auch in solchen K.O. Wettbewerben besser nochmal durchsetzen im letzten Jahr. Da waren die deutlich früher draußen, als sie es am Ende erwartet hätten. Des Weiteren habe ich noch aufgeschrieben Arsenal London, einfach weil ich die Gegner, wie sie fallen, für Arsenal durchaus gut finde. Ich glaube, man kann sich hier durchsetzen. Ich glaube, das ist durchaus machbar. Weiterhin habe ich aufgeschrieben, und das ist vielleicht für manche schon eine kleine Überraschung, Juventus Turin. Klar, das ist immer noch eine Riesenmacht und Juventus ist immer noch riesig und die haben jetzt gerade auch wieder gut aufgebaut. Aber trotzdem in den letzten Jahren sah das ja nicht so gut aus. Aber du spielst heim gegen City, okay. Auswärts bei Leipzig, kann machbar sein, muss es aber nicht. Dann aber Benfica heim, Club Brügge auswärts, PSV heim, Lille auswärts, Stuttgart heim und ersten Villa auswärts. Das sind zumindestens mal, wenn ich mir das so durchlese, durchaus Gegner. Die sollten zumindestens in der Großzahl irgendwie machbar sein. Natürlich, wir wissen auch, die struggeln dann schon mal ganz gerne. Aber ich glaube, dass man sich hier durchaus durchsetzen kann. Des Weiteren habe ich dann noch als letzte Mannschaft Barcelona aufgeschrieben. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass Barcelona unter eben jenen Hansi Flick deutlich besser wieder funktioniert. Deutlich stärker wieder ist, deutlich gefährlicher ist. Und man hat sowohl Bayern als auch Dortmund. Und danach eben Atalanta Bergamo, Benfica Lissabon, die Young Boys Bern. Dann hat man noch im Roter Stern Belgrad. Man hat Brest, man hat Monaco. Das sind halt auch einfach Gegner, mit Ausnahme jetzt insbesondere mal von BVB und Bayern München. Gegner, die du schlagen kannst und musst auch als Barcelona. Da sehe ich halt einfach andere Mannschaften, die deutlich mehr Probleme haben. Ich habe hier nämlich zum Beispiel, nicht genannt, Liverpool. Die kommen für mich eher in 9 bis 24. Wobei Liverpool zumindestens bis jetzt in der Premier League brutal gut aussieht. Aber auch, vielleicht ist es euch aufgefallen, Paris Saint-Germain habe ich nicht aufgezählt. Denn die haben für mich insbesondere aus Top 1 und 2 ein schwereres Programm. City, Bayern, Atleti, Arsenal und auch danach noch Pays Bay, Salzburg, Girona, Stuttgart. Ich glaube, dass die sich eben nochmal über den Umweg K.O. Phase bzw. Zwischengründe nochmal qualifizieren müssen. Aber das ist ja sowieso, da trifft es ja dann am Ende sowieso Mannschaften, wo du denkst, wow, die werden normalerweise direkt weitergekommen. Atleti auch. Wie gesagt, Benfica kommt auch regelmäßig mal weiter. Das wird richtig spannend und da habe ich richtig Bock drauf. Das sind meine 8 Mannschaften am Ende. Ich zähle nochmal auf. Real Madrid, Bayern, Manchester City, BVB, Inter Mailand, Barcelona, Juventus und Arsenal kommen direkt weiter. Und dann geht es für die anderen in die K.O. Phase. Schreib deine Meinung gerne mal in die Kommentare. Es wird natürlich regelmäßig dann noch Updates dazu geben mit Meinungen, mit Prognosen. Schreib deine Meinung unten rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video.